So, jetzt sind wir für euch bei ATI und haben natürlich den Geschäftsführer da, den Oliver Pritzel. Genau, Oliver Pritzel ist mein Name, der ich noch nicht kennt. Sorry. Ja, und wir sind natürlich hier, weil wir wissen wollen, was es an neuen Innovationen gibt und wollen hier mal ein paar Informationen haben. Gerne, gerne. Wir stehen ja hier schon vor einem sehr, sehr schönen Becken. Die Korallen stehen alle super da. Für ein Messebecken ist das schon auffällig. Ja, wir haben einfach unser natürliches Meerwasser genommen, was wir sowieso demnächst anbieten und dann hat man es eben sofort, dass die Korallen sofort stehen, weil die eben ein natürliches Medium sind. Das wäre mit künstlichem Meerwasser leider so nicht gelungen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das war ja schon lange so ein Geheimtipp und viele Großhändler, Importeure haben das ja auch schon länger benutzt, wie De Jong, Marine Life und so weiter. Und deswegen haben wir uns aus der Fahne geschrieben, das auch für andere Leute zugänglich zu machen, weil es einfach eine gute Sache ist. Ja, das hat man ja auch schon öfters bei den amerikanischen Fernsehsendungen gesehen. Ja, genau. Die arbeiten ja auch ausschließlich mit Meerwasser. Auf jeden Fall ist es dann viel mehr verbreitet. Ja. Und wurde nicht so wie als Geheimtipp behandelt dann so. Gut, die haben es dann oft auch ein bisschen einfacher, weil sie einfach das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Wir müssen es dann halt in den zweiten Stock hochschleppen. Ja, das ist auch ein bisschen das Problem, dass eben es leider nicht ganz so günstig ist, weil man hat eben Kosten für Transport, Verpackung und so weiter. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr tolle Sache, weil man mit seinem Becken damit eine ganz andere Richtung geben kann. Es bilden sich viel mehr Schwemmelfiltrierer. Die Biologie ist von vornherein viel stabiler. Auch die Einfuhrphasen sind geringer. Also es gibt unterm Strich sehr viele Vorteile, die das natürliche Wasser mit sich bringt. Es hat natürlich alle echten Bestandteile drin. In der richtigen Zusammensetzung vor allen Dingen. Ja. Was mit synthetischem Meersalz sehr, sehr schwer ist. Also zumindest bei den Spurelementen hört es irgendwann auf. Da wird es sehr, sehr schwer. Der Mensch versucht ja immer alles zu kopieren, aber es ist halt nicht immer einfach. Nein. Also mit künstlichem Meersalz bei aller Liebe. Wir verkaufen ja selber auch Salz. Ich will also nicht irgendwie das Salz schlecht drehen. Es ist eine bewährte Methode, die auch günstig ist. Allerdings hat jedes Produkt seine Vor- und Nachteile. Und bei natürlichem Meerwasser kriegen wir Phytoplankton mitgeliefert. Gratis. Bakterien. Die Spurelementzusammensetzung irgendwie stimmt halt immer. Egal ob das Brom, Bohr oder Lithium ist. Und das sind einfach Sachen, die, wenn man das überprüft oder vergleicht mit künstlichem Meersalz, da ist da noch einiges, was man verbessern kann. Könnte. Ja. Ja. Und ihr habt ja auch einiges, ihr bietet ja auch einige Lampensysteme an. Oh ja. Oh ja. Und wie ich gehört habe, seid ihr natürlich immer am Entwickeln, am Testen, am Verbessern, am Optimieren. Das ist meine Passion. Ja. Ja. Also wir haben ja vor kurzem erst die Sirius fertiggestellt, die es ja jetzt seit zwei Monaten ungefähr gibt. Da habe ich halt auf unheimlich hohe Effizienz geachtet, dass wenn man LED nutzt, sollte man auch dann die vollen Vorteile von LED nutzen. Das heißt also hohe Effizienz, die Farbverfügbarkeit, dass man also wirklich die Farben freigestalten kann. Und dass es ein korallengerechtes Licht ist. Sprich, dass die Koralle wie in der Natur auch möglichst gleich angestrahlt wird. Wir haben dann aber weitergedacht und überlegt, Mensch, wie können wir das System noch verbessern? Und wir haben dann das Flexsystem rausgebracht. Oder wir haben vor, es rauszubringen. Das ist jetzt noch ein Prototyp, der für die Messe noch ganz schnell fertig wurde. Das Flexsystem zeichnet sich dadurch aus, dass es aus lauter LED-Röhren besteht, wo jede Röhre ja praktisch in der Farbe frei wählbar ist. Man kann es also, das sind vier Kanalsteuerungen, die dahinter ist, mit Violett, Royal Blau, Blau und Weiß. Oder es gibt eine zweite Variante, dann ist dann Rot, Royal Blau, Blau, Weiß. Und man kann diese Röhren mischen und dementsprechend über den Becken dann anbringen. Man kann die Röhre sogar alleine anklipsen an bestehende Systeme, wenn man schon T5 hat, um den Kringel-Effekt zu bekommen. Oder aber auch, um den Genuss von dem Royal Blau zu bekommen, was morgens ja so schön ist. Wenn man dann möchte, später kann man komplett auf LED umsteigen. Da kauft man sich nur noch den Rahmen und noch zwei, drei weitere Röhren. Es steht schon fest, wie viel Watt eine 1,20 Meter Röhre haben soll. Grob ist das schon festgelegt. Wir haben sehr viele verschiedene Längen. Wir fangen bei 30 Zentimeter an und dann geht das fast in 15 Zentimeter Schritten weiter bis sehr wahrscheinlich 1,70 Meter. So dass auch dann die großen Becken von 2 Meter mit einer Leuchte komplett beleuchtet werden können. Und auch die kleinen eben, dass man keine Kompromisse mehr eingehen muss. Das ist also praktisch, wir waren ja bisher ein bisschen an den Längen von den T5-Röhren gebunden und das können wir jetzt durchbrechen. Wir können jetzt also kleinere Zwischenschritte machen, sodass man wirklich jedes Becken perfekt ausleuchten kann. Das ist ja sowieso eigentlich der Riesenvorteil bei diesem System. Ich bin also von der Länge sehr flexibel durch die vielen Größen, aber auch durch die Anzahl der Röhren. Weil es kann ja durchaus sein, dass jemand, was ja typisch ist, ja nicht sofort mit SPS anfängt, sondern erstmal vielleicht mit einem Mischbecken hat, ein paar Krusten, LPS rein hat. Dann braucht er natürlich nicht die hohe Intensität. Das heißt, er würden dann vielleicht drei, vier, fünf Röhren reichen, je nachdem wie breit das Becken ist. Und wenn er dann hinterher möchte und SPS auch umsteigen möchte, dann kann er sich noch zwei Röhren dazu holen oder auch nicht. Das heißt, das Ganze ist auf den Bedarf zugeschnitten. Das heißt aber auch, man kann günstiger ins Hobby einsteigen. Ja. Und ist aber immer noch flexibel, wenn man sich weiterentwickelt. Genau. Genau. Was ich an dem System auch sehr schön finde, dass man eben flächig ausleuchtet. Ich habe ja auch mein neues Becken, was ich im Moment umgebaut habe, ist ja auch 70 tief. Ja. Und da habe ich schon ein Problem. Mit einer Lampe komme ich nicht aus. Ja, das ist generell ein Problem, worüber nicht so gerne gesprochen wird. Aber wir wissen ja alle von der T5-Beleuchtung, dass eine flächige Ausleuchtung eigentlich super ist für Korallen, weil die sich eben dann von allen Seiten ein bisschen Licht abbekommen und nicht nur so abschatten. Man hat nicht so einen extremen Schlagschatten, als wenn ich jetzt einen LED-Spot über dem Becken habe. Und ja, das ist praktisch hier wieder so fast wie bei T5. Wir haben also verschiedene Röhren, haben die flächige gleichmäßige Abdeckung, haben trotzdem noch einen Kringel-Effekt und ja, die Vorteile der Wissen-Effizienz der LED. Also, ja. Witzige Geschichte, dass du das jetzt hier versuchst, auf den Markt zu bringen. Witzig ist vielleicht nur, dass ich als T5-Hersteller das als erstes rausbringe, weil ich ja praktisch eigentlich auch vom Verkauf der T5-Führung lebe. Aber das System ist so gut, dass ich davon überzeugt bin, dass es eine Zukunft im Markt hat, weil eben die Flexibilität und die korallengerechte Beleuchtung. Das ist das Entscheidende, dass der Kunde auch den Erfolg hat, letztendlich damit gut Korallen halten zu können. Ich habe mit Björn in letzter Zeit sehr viel über die Ausleuchtung, auch flächige Ausleuchtung diskutiert bzw. nein, nicht diskutiert, aber mich mit ihm unterhalten, weil ich auch gerade das Problem hatte und habe jetzt im Moment drei verschiedene Lampen drüber bei meinem Becken, weil ich mich auch nicht entscheiden konnte. Wir werden das so machen, wir werden auf unserer Homepage einen Leuchtenkonfigurator haben. Da kann der Kunde dann eingeben, wie groß sein Becken ist, was für Tiere er halten möchte und dann wird automatisch ein Vorschlag gemacht, wie groß dann der Rahmen ist und wie viele Röhren er darüber zu tun hat, wenn er zum Beispiel LPS oder auch SPS halten möchte. Das kann man dann alles eingeben, das wird berechnet. Die Rahmen sind dann individuell, werden die angeboten in Breite und Länge, passend zu den Längen natürlich von den Röhren und dann kann man dann entsprechend viele Röhren reinmachen oder auch nicht. Ja, also was glaube ich wirklich gut ist, dass die Variabilität hier gegeben ist, wie Länge und Tiefe. Genau, man ist sonst immer sehr festgelegt. Ich glaube auch, dass die Zukunft eben diesem flexiblen System angehört, denn das Ganze hat auch noch andere Vorteile. Es ist sehr leicht, es ist wenig Materialverschwendung. Passiv. Ja, das ist im Grunde wie ein Radiator mehr oder weniger schon. Das heißt, die Luft kann von unten durchströmen. Das haben diese geschlossenen Systeme, ist der Nachteil, dass sie nicht durchströmbar sind und das Ganze ist eigentlich so aufgebaut, dass sie thermisch auch immer auf der sicheren Seite dadurch sind, dass man immer sicher dabei ist. Also es ist eigentlich technisch und von der Funktionalität so, dass ich damit sehr sehr vielfrieden bin. Und ihr plant auch eine Steuerung über den Laptop? Ja, klar. Also im Grunde ist es so, dass dieses sowohl als Einzelröhre als auch als komplettes System steuerbar ist. Wir haben noch so ein kleines Highlight. Wenn man mit Einzelröhre anfängt, dann gibt es hinterher zwei Möglichkeiten. Ich kann sie als Einzelröhre betreiben, da ist ein Adapter bis bei, mit einem USB-Anschluss. Den stecke ich in meinen Computer oder Notebook oder was auch immer. Da gibt es eine Software, die kann ich mir runterladen und dann kann ich mir die Farbe, die Wunschfarbe der LED-Röhre selber einstellen und dann auch noch zusätzlich einstellen, in welcher Zeit sie hoch und runter dimmt. Ich brauche keinen externen Controller mehr. Nach der Programmierung stecke ich das Teil einfach wieder ganz normal schließlich ins Netzteil an, Steckdose und dann tut die Röhre das, was ich vorher programmiert habe. Die dimmt dann zum Beispiel in einer halben Stunde hoch in der Wunschfarbe, die ich möchte und auch wieder runter und geht aus. Und ich brauche keinen externen Controller mehr. Dadurch habe ich also eine sehr schöne einzelne Röhre in der Wunschfarbe und das wird alles nicht so teuer dadurch, weil das alles schon in der Röhre mit drin ist. Das ist der Vorteil. Wenn ich da später ein Rahmensystem habe, also ein komplettes System habe, dann kann ich mir zusätzlich dann noch die Software herunterladen und auch den Controller kaufen, der dann notwendig ist, damit ich alle einzelnen Röhren, zum Beispiel von vorne nach hinten, unterschiedlich in der Farbe anstelle und auch einen Farbverlauf mache, von Royal Blau nach Tageslichtfarbe oder wie auch immer. Ja, ich habe ja auch abends ganz gerne, wenn ich von der Arbeit heim komme, dass man ein bisschen blauer ist, damit die Farben besser rauskommen. Ja, schöne Sache. Aber ich hätte da noch eine Frage und zwar, wo wir schon gerade eben so ein bisschen bei den Kosten waren, ist L&D wirklich effizienter wie T5, also auch preislich? Bei der Effizienz muss man unterscheiden eigentlich wirklich zwischen biologischer Effizienz, das tue ich immer, weil es kommt ja letztendlich darauf, eine Leuchte ist ja eine Zweckleuchte. Wenn ich eine Leuchte über das Aquarium mache, dann möchte ich ja eigentlich damit den Korallen gutes Licht zur Verfügung stellen, damit sie gut wachsen und schön aussehen. Es gibt aber auch natürlich eine technische Betrachtung, wo dann einfach nur gesagt wird, die Leuchte hat so und so viel Lux oder hat eben so und so viel Paarwert. Wenn aber dann das Licht sehr gleichgerichtet ist und die Koralle sich so abschattet, weil sie nur von einer Seite angestrahlt wird, dann ist es auch zwar toll, wenn ich hier einen hohen Paarwert habe, wenn das Licht aber noch in einer Richtung kommt und die ganze andere Seite abgeschattet ist, nützt das der Koralle nicht viel. Im Gegenteil, sie hat Schwierigkeiten, weil von der einen Seite könnte sie fast verbrennen und auf der anderen wird sie ganz dunkel, weil sie zu wenig Licht abkriegt. Deswegen ist die gleichmäßige Bestrahlung der Koralle unheimlich wichtig, wenn man ein gesundes Licht haben will. Weil im Meer, in 10-15 Meter Meerestiefe, ist es auch so, da kann die Koralle nach links und rechts wachsen, da hat sie überall die gleichen Lichtbedingungen. Genau. Und wir haben oft den Fehler gemacht, dass wir eben kleine Module über das Becken gepackt haben, dann war es hier hell, da dunkel, da hell, da dunkel und das war dann für die ganze Entwicklung des Beckens meistens nicht so gut. Und wenn man eine gleichmäßige Ausdeutschung von einem Becken hat, ist das für die Tiere besser und auch für die gesamte Entwicklung des Becken ist jetzt besser dann. Okay. Ja Oliver, ist es auf jeden Fall ein interessantes Thema, wo man drüber lange, lange, lange sprechen kann? Es gibt viele Missverständnisse im Markt leider. Und das ist natürlich so, dass der Markt geprägt ist durch Herstellerinformation. Die Verkäufer geben das weiter, die Nutzer schnappen das auf und dadurch kann auch dann schon mal eine Meinung im Markt präsent sein, die vielleicht aus Sicht der Koralle nicht ganz so top ist. Das ist wirklich so. Es ist ja immer so eine Sache. Hersteller möchten natürlich die Arbeiten kostenorientiert. Deswegen ist es dann natürlich einfach einen kleinen Spot zu machen und dann eine weite Optik, weil man dann wenig Material braucht. Und diese Sache ist natürlich dann etwas, wenn man es flächig macht, dann muss man die LED auch auf einer großen Bleche verteilen. Es ist immer etwas kostentensiver, aber für das Hobby oder für den Erfolg der Aquaristik auf jeden Fall besser. Ja, das ist so. Ich muss zugeben, ich habe für meinen 16. Nano Cube, den ich hier auch habe, ich habe ja mehrere Becken, da habe ich auch eine LED selbst gebaut und ist aber auch ähnlich so gemacht, dass ich eben flächig die LEDs angeordnet habe und es funktioniert richtig gut. Ja, man minimiert auch die Risiken dadurch. Man hat keine Hotspots, also keine gefährlichen Höchstwerte, wo die Korallen verbrennen können oder auch die Zonen, die dann zu dunkel sind oder so. Diese gleichmäßige Beleuchtung ist eigentlich unheimlich wichtig. Ich bin natürlich nicht auf dem Niveau mit meiner Lampe. Kann ich nicht sein. Ja, ist ja toll, wenn es funktioniert. Ja, genau. Hier haben wir eine schöne Spielerei. Wir haben dazu natürlich unsere Software, die man vielleicht von der Sirius schon kennt oder Hybrid. Demnächst wird es übrigens so sein, dass wir eine Software für alle Modelle haben. Dann erkennt die Software automatisch, ob ein Hybrid dran ist, eine Sirius oder vielleicht das Flex-System und man muss nicht irgendwie dann verschiedene Sachen runterladen. Ich kann ja mal so ein bisschen hier etwas demonstrieren. Man kann natürlich hier auch mit der Farbe spielen oder die Helligkeit spielen. Ich habe jetzt gerade weiß rausgenommen. Ich mache mal weiß jetzt rein, dann wird es halt ein bisschen heller. Kann aber auch andere Farben rausnehmen und nur Royal Blau machen. Das ist jetzt der Color Preview Mode, mit dem ich mir auch Wunschfarben zusammen kreieren kann. Interessant ist vielleicht auch noch der Day Preview Mode. Dann kann ich praktisch einen Tagesverlauf kann ich damit live mir anschauen. Jetzt fängt der gerade hier an. Hoch zu dimmen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da haben einige Leute anscheinend rumgespielt. Aber er dimmt jetzt halt langsam hoch. Und so kann ich also im Schnellverfahren, im Zeitrafferverfahren, mir das immer anschauen, was ich gerade so programmiert habe. Das finde ich eine gute Sache. Ja, man kann natürlich noch sehr viel rumspielen, weil man jede Röhre auch nochmal vielleicht verändern kann. Dass man sagt, ich nehme da ein bisschen mehr Rot raus oder ich mache da doch ein bisschen mehr Violett rein. Man kann das eigentlich dann sich doch alles so einstellen, wie man es möchte. Also jede Röhre funktioniert ja selbstständig, wenn man so will. Und was man jetzt auch von der Seite sieht, ihr habt auch einen Flimme-Effekt generiert. Ja, also obwohl die LEDs tatsächlich angeordnet sind, hat man ja noch nachvorragend, die LED ist ja eine punktförmige Lichtwelle, immer noch den leichten Kringel-Effekt. Kommt auch bei uns ein bisschen noch verstärkt dadurch, dass wir eben speziell berechnete Reflektoren verbinden mit Silberfolie. Also die sehr effizient sind und dadurch auch das Licht wirklich komplett ins Becken lenken. Und nicht also irgendwie Streulicht über das Becken seitlich verloren geht. Also für uns, wir versuchen immer, egal ob das jetzt die Serie, das jetzt Hybrid oder ob das neue Flex-System ist, jedes Photon nutzvoll ins Becken zu lenken, zu den Korallen zu lenken, also dort wo es gebraucht wird. Ohne Reflektoren wäre übrigens die Leistung mindestens 30 Prozent schlechter, die man im Becken nachmessen würde. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt noch etwas zu den verschiedenen Funktionen der Software sagen, aber da werden wir auch bald was online stellen, sodass man dann sich das besser in Ruhe anschauen kann. Das springt dann auch jetzt glaube ich in den Rahmen und man sieht es dann wahrscheinlich auch nicht so gut jetzt auch von der Entfernung. Ja. Dann lass uns nochmal weitergehen. Ich glaube, du hast so noch noch was, auch noch eine aktuelle Lampe. Ja, die Sirus ist ja brandneu. Genau. Auch hier verfolgen wir so ein bisschen das Prinzip der flächigen Beleuchtung. Das sind zwar Spots, das ist jetzt die X2, aber wir haben ja auch eine X4, X6 und X8 und so weiter und dort sind einfach immer zwei Linien von LEDs über dem Becken, sodass man schon ein gewissen Abstand hat. Das heißt, hier ist es auch so, dass eine Koralle in der Mitte zum Beispiel von mehreren Seiten angestrahlt wird. Gerade bei der X4 oder X6 oder X8, das ist dann noch extremer. Es gibt also verschiedene Lichtpunkte. Das Problem ist, wenn ich nur eine Reihe von LEDs über dem Aquarium habe, habe ich im Zentrum das höchste Licht und links und rechts habe ich weniger. Und da habe ich immer die Situation, dass ich eine unausgeleuchtung habe. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, nee, das ist nicht gut. Wir machen zwei rein, sodass ein typisches Aquarium, was 60 oder 70 breit ist, annähernd gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Das war so ein Konzept, mit einer Reihe kam für uns jetzt gar nichts in Frage. Ist für viele günstiger herzustellen, weil ich spare natürlich dadurch Kosten, aber es ist nicht so dienlich. Deswegen haben wir es nicht verfolgt. Die Sirius selber ist natürlich auf höchste Effizienz getrimmt. Das heißt, hier ist es so, wir sind der Meinung, wenn man LED nutzt, dann sollte man auch das volle Potenzial der Technik nutzen. Deswegen haben wir da nichts gespart. Wir haben die besten LEDs verbindet, wir haben da wirklich computerberechnete Reflektoren, wir haben dort die allerneuesten LEDs mit den größten Fluxpins, die auch nicht billig sind. Aber dadurch kommt man dann in den Genuss der vollen Vorteile. Und erst dadurch wird es dann auch deutlich effizienter als zum Beispiel T5. Man muss allerdings aufpassen, jetzt hier ist es, ich weiß nicht, ob ich es zeigen darf, aber die ist jetzt sehr, sehr hell, ist auf 100 Prozent. Und auf 100 Prozent ist es natürlich auch ein bisschen riskant bei SPS. Da muss man dann vorsichtig sein. Ja. So viel Power, man sollte Korallen immer grundsätzlich erst dran gewöhnen. Ja. Ja. Wir haben aber, um dem vorzubeugen, schon von vornherein ein Programm installiert, was nur auf 60 Prozent hochdimmt und wo auch weiß und rot reduziert ist, sodass der Kunde auf der sicheren Seite ist und von vornherein schon gleich mal ein bewährtes Programm hat. Okay, dass das quasi so bis zum T5 ähnlich ist. Blaulastig, genau. Blaulastig. Und dann kann man halt bei Bedarf upgraden. Genau, genau. Ja, ja. Also hochdimmend. Ja, schön. Im Grunde ist das so eine Plug-and-Play-Lösung. Man braucht wirklich nur den Stecker reinstecken, die Ureimer einstellen. Da ist schon ein Programm hinterlegt, was safe ist. Wo man sich die Korallen nicht schrottet. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, was normalerweise sonst die andere, glaube ich, nicht machen. Weiß ich nicht. War mir zumindest ganz wichtig. Ja. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Weil, wenn man so eine Lampe komplett neu einstellen oder voll einstellen kann, ist der User, glaube ich, überfordert. Es gibt viele Fehlinformationen im Markt. Der Kunde macht dann eventuell etwas, was vielleicht böse sein könnte. Irgendwie fällt rot gut. Er macht dann einfach zu viel Rot rein. Und es könnte dann sein, dass er zu viel Schmieralgen kriegt und die Brallen dann teilweise ausbleichen. Und das ist durch unsere Voreinstellung weitestgehend vermieden. Wir haben ja fast 14 Jahre Erfahrung durch Tier 5. Und wir haben ja viel röhren Farb entwickelt. Mein Hersteller Silvania macht ja das nach meinen Vorgaben. Und diese Erfahrung habe ich natürlich hier einfließen lassen. Das heißt, die Lichtfarbe, die hier vorprogrammiert ist, da kann man vertrauen, dass das funktioniert. Man kann sie natürlich noch ändern, ganz klar. Aber man ist erstmal auf der sicheren Seite. Ja. 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 Okay. So. Wir sind weitergezogen zu deinem Hybrid-Modul. Genau. Das Hybrid-Modul war ja das erste, was ja schon bei uns mit LED war. Wir haben das Hybrid-Modul damals gemacht, weil dann der Zeitpunkt war, wo die LED dann so effizient war, dass es eigentlich lohnenswert war. Das war vor ca. zwei Jahren. Das heißt, die Entwicklung hat vor drei Jahren angefangen, aber vor zwei Jahren haben wir es dann rausgebracht. Es gibt mittlerweile viele tolle Becken mit dem Hybrid. Ich nutze das selber bei meinem Schaubecken. Kombiniert halt die Vorteile von T5 mit der Effektbeleuchtung von LED. Ich kann also wunderbar beide Techniken nutzen dann. Und das ist mit dem Hybrid eigentlich sehr gut gelungen. Und es gibt viele tolle Becken weltweit inzwischen schon mit dem Hybrid. Gerade für SPS-Liebhaber, das ist eine ganz tolle Sache, weil ich eben dann halt wieder den Effekt, den negativen Effekt, den ich bei meiner reinen LED-Beleuchtung haben kann. Nämlich der Schlagschatten, der harten Schatten kann ich durch das T5 wieder ausgleichen. Genau. Und man ist dann auch wieder flexibel. Man kann die Blau nach vorne tauschen, also die Röhren, wie man mag. Jeder hat auch ein bisschen anderen Geschmack. Richtig. Viele nutzen fast nur das LED, weil sie eben dann den Kringleffekt nicht so toll finden. Man kann ja alles hier separat dimmen. Jeder Spot ist separat dimmbar. T5 ist dimmbar. Wir lassen jetzt gerade eine Demo durchlaufen, damit man die ganzen Funktionen einmal sieht. Und ja, das ist eigentlich, ich sage immer, das ist eine Waffe, weil man kann damit alles machen. Die Intensität ist so hoch, dass ich mir alle Wünsche für SPS erfüllen kann. Gleichzeitig kann ich es aber auch dann nur gedimmt betreiben für LPS oder so. Also ich bin damit mit eigentlich sehr offen. Die Leuchte kann nahezu alles. Ja, sehr schön. Dann danke ich dir vielmals für das tolle Interview. Habe ich gefreut, gerne. Und wir sind gespannt, was du als nächstes entwickelst. Ich bleib dran. Ciao. Ciao. So, Christian, ne? Oliver. Ja, ja, das weiß ich. Pritzel. Pritzel. Oliver Pritzel. Pritzel, genau. Ja, ja. Schönen anderen erst? Okay. So, jetzt sind wir für euch bei ATI und haben natürlich den Geschäftsführer da, den Oliver Pritzel. Genau, Oliver Pritzel ist mein Name, der ich mich noch nicht kenne. Herr Kommand Eltern. Der Mischlinger 2021 und der heute in der Zeit. Der Kiner wird die Arbeit zurück und auch schon gefragt, die Fernse Ojخت Give dinero wasán Abläu Satan, immer nur vergring an me家en, die ich kann, dass du immer gleich bew wants. Das ist sehen, dass du schonmal wieder am Sonntag wachstiphalte, oder eben werundo an bigอ where Aber ich fahre. Die werden können jetzt einen H房ben oppress, so ensuring die Wars操 hat, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.